eigentlich ähm USB-Sticks Oh, der Weihnachtsmann steht hier Der hat mich ran gewunken Der winkt Hey, warte Weihnachtsmann Ach, das war der Weihnachtsmann mit dem großen Sack Oh ja, ich komme Ihr meiner, ich bin da Ja, ich bin da, soll ich noch Oh, das brauche ich Das ist gut, danke lieber Weihnachtsmann Danke Diesmal haben wir nicht umgebracht Nee Mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet Ich auch nicht Ja, vielleicht haben wir ja ein paar Zeitgenossen oben Ja Bist du Jusek? Ja Ist diesmal auch Ah, eine sehr gute Wahl Naja, eigentlich finde ich es egal Du hast ja gerne Berge spielt Oder sowas Ist aber gar nicht mal rum Weil ich glaube, dass das Hemd günstig immer war Ach so? Also relativ günstig am Anfang zu bekommen Ich fand es trotzdem glaube ich noch teuer Als ich mal reingeguckt habe Ach du, Alter Eine Million oder so Kürzt das glaube ich Okay Für ein Hemd, Alter, nee Das Suff Willst du mal runtergucken? Ich bin schon Ach du bist schon, okay Ja Ich denke schon oben die Kisten Da bin ich doch wie der geölde Blitzbensch hier Loot Hast du nun eigentlich schon mal DarkenDarker dann gezockt oder eher nicht? Nee Das macht auch Spaß Also Aber es ist natürlich so wie irgendwie Warte mal, Matze Schöne was? Bin tot Oh, fuck Nein Von was? Skev? Skev, ja Ach du Kacke Ich kenne bei dir auch mal einen Aber der muss gut gehetet sein, den kannst du dir Okay Wo war der? Da kam auf jeden Fall aus dem Nichts angelatscht Ja, übelst Also wenn du hochkommst, einfach geradezu Aha Richtung Containernburg? Ja, eher Richtung dieses Convois, der da Ah Da steht Ja, da wird es erst mal Platz, sonst Ist der behämmert oder was? Der war auf einmal neben mir Alter Alter Er hat auch eine gute Bodyarmor an Boah Ich bin erschrocken Ich bin da arm schwarz geschossen, der Hund Tatsache Boah Ey, die sind nicht mehr normal, die Skevs Diesen Vibe Krass, ja Weißt du, ey, doch So viel zum Thema Sound und guten Morgen Danke, wünsche ich dir auch Alter Junge, Junge, Junge Da fängt bloß das große Gelaber an, weißt du Auf einmal Ja Jetzt weiß er natürlich, dass ich hier unten bin Da liegt mein Blut Wo ist denn der Hundesohn jetzt? Sich gerade verentwickelt oder was? Was erlebt noch? Habe ich keine Munition in der Tasche oder was? Ich kann nicht nachladen, Tatsache Alter, bin ich doof Fängt ja gut an Naja, meine Augen, mir fehlt meine Aufwärm runter Ich kann nicht nachladen, Tatsache Ach nee, es kam noch einer Dinge hatte ich schon weggeputzt Müssen wir wenigstens nicht um die Skevs schreiten Ja, das stimmt Wir hätten uns schon geeinigt, Benji Oh, die Munition Das Ding weg Soll ich dir irgendwas mitbringen, Benji? Ja, wenn du Bock hast, kannst du meine Knache ins Gemüse hauen Okay Also wenn du noch einen Platz frei hast Ja Also die ist für sichert Dopa, grüß dich Benji Ja, Benji ist wieder dabei Schön Ich hoffe mal jetzt auch öfters Nicht bloß Ich hab doch Bock Ja Ja Gut Das macht Spaß Das ist ja nicht mal ein Gebüsch irgendwo Oh Oh, ey Dieses Oh, ey Oh, jedes Mal erschrecke ich mich hier zu Tode, Mann Hast du einen Clip gemacht von Massen? Du Schlawiner Hast du doch den Gegner unter dem Monitor? Achso Das konnte ich nicht, weil ich konnte nur so Man sucht den Gegner Wie denn? Mich ist jetzt so wirklich lustig, wie du so um die Ecke guckst Achso Als würdest du den dann besser sehen Oh, ey Das werde ich nie los, irgendwie Ich bin jetzt schon ein paar Jahre Shooter Aber das kann ich mir irgendwie nicht abgewöhnen Ja gut, dann renne ich zum Auto und verpfiss mich Ich bin schon ein paar Jahre her Ich bin schon ein paar Jahre alt Und dann renne ich zum Auto und verpfiss mich Oh, ey Oh, ey Faktori. Mero, alle kriegst du nicht. Also ich nehme, glaube ich, die Linke. Nur gut, dass meine Frau nicht ins Stream guckt. Jetzt gibt es wieder eine mit der Bratpfanne. Ach nee, was wolltest du, Dior? Ja, dann nimm sie dir halt. Bin ich nicht so. Ich rauche meine Vitamina. Das ist auch nicht übel. Wollen wir Richtung Torf? Schnurr? Ja, ja, ja. Hier gibt es ja auch Skepsis hier schon Annahmen. Wieder mal, sie sind wieder zurück. Find ich gut, find ich gut. Ja, ich rauch. Wollt ihr mir den Stasch hier vorne mal angucken? Ach, hier hast du auch einen Stasch? Äh, äh, wenn ich ihn finde. So Wurzeln, die rumliegen. Hier, hier, hier. Ah, Alter. Erkennt sich ab. Äh, ich habe ihn noch nie gesehen, Alter. Ich dachte, Wurzeln ist meine Web. Schöne vermerkst du nicht immer looten? Aha. War aber nichts groß drin. Auch so eine Pistole. Aber die Skepsis, Alter. Mein Mitleid an die Leute, die neu anfangen mit Tarkov. Also, das ist... Ja, also echt. Da hast du keine Chance. Nee. Kriegst du erst mal wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich auch in diesem Vibe öfters schon durch Skeps gestorben als durch Spieler. Geffi, Geffi, wo bist du? Bin ich an? Was klinge ich noch jetzt rechts? Was? Hat er zum Rennen an? Leg ihn um. Zwei sind sogar. Oh, einer für dich, einer für mich. Na, da müssen wir näher ran. Mhm. Da hat man ein Rottpunktvisier. Waren die auf der Wiese oder hier zwischen den Felsen? Ja, auf der Wiese. Auf der Wiese. Ah, okay. Ich glaube, wir haben rechts weg heran. Ich glaube, wir haben rechts. Waren mal. Einer jammer. Oh, leer. Oh. So, du darfst den anderen. Ich habe meine Quest geschafft. Super. Wenn ich bin. Hm. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Die sind immer weg. Und dann sind sie schlagartig. Ich komme hier oben am Felsen. Ich gehe mal runter zum Stash. Bin hinter dir. Dann sind die auch schlagartig weg. Und dann sind sie wieder da. Aber mit Meute gleich. Ich habe hier auch was gehört. Auch was meckern. Ah, okay. Das könnte ich gewesen sein. Aber ich habe gerade nichts gesagt. Irgendwie von hier oben kam das. Aha. Also, dass die so weiter hochlaufen. Wo bist du? Oben an der Bohr? Oben an der Bohr, ja. Oh, Alter. So weit laufen die da hoch. Ich liege hier an dem Set rum. Okay. Ach, siehst du. Ich habe meinen gar nicht gelootet. Oh, der hat natürlich eine Bodyarmung. Damit das ist gut. Ich habe meine Quest gemacht. Ja. Ja. Die ist zwar weiß, aber scheiße. Du rennst da rum? Ja. Oh, er hat meine Lieblingswaffe dabei. Und ein Kauperi-Hut. Geil. Noch gut, dass ich hier noch her. Die brauchen wir, ja. Gut. Du bist aufgestanden? Ja, ich gehe schon mal hinter den Zaun. Wo Blitzkis? Alter. Ich glaube, also die 50 oder 60. Pausen, die ich jetzt mit mir rumschleppe, davon sind, sind glaube ich, bloß 5. Löst du? Ja, ich renne. Oh, bist du? Okay, gut. Schießt. Au, ich bin tot. Ach, jetzt halt doch das Maul, Alter. Spieler? Schon wieder durch den Scaf. Schon wieder durch den Scaf. Es ist doch nicht mehr normal, Alter. Leck mich doch. Headshot, Alter. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Bis zum nächsten Mal.